Hallo zusammen, hier ist wieder Eutila und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um ein bisschen größeres Achievement und zwar hier unter Fremde Einfluss und dieses finden wir einmal unter Erkunden und dann Battle for Azeroth. Was müssen wir dafür machen und zwar müssen wir alle Quests von den Besuchern auf Mechagon einmal abschließen. Hört sich einfach an, ist es im Prinzip auch. Bei ein paar Quests muss man aber ein bisschen Hintergrundwissen haben, dass man sie findet und dementsprechend wollen wir jetzt mal darauf eingehen. 90% von der Quests sind relativ simpel und zwar auf Mechagon gibt es jeden Tag ein paar Daily Quests. Die meisten sind hier im Rossbolzen, viele andere sind aber auch hier verstreut. Hier oben gibt es welche, hier, hier hinten, hier oben, dort hinten. Also sprich, was ich euch empfehlen würde, ihr müsst hier quasi im Rossbolzen die Quests annehmen, fliegt dann eine Runde mal außen rum, manche werden mittlerweile schon auf der Karte angezeigt, andere anscheinend noch nicht und schaut, ob irgendwelche Quests da sind, nimmt alle an, macht sie. Alles kein Problem. Damit kriegt ihr 90% der Quests nach 1-2 Wochen fertig. Kein Stress, ja. Es gibt aber insgesamt 7, die ein bisschen tricky sind, denn da muss man ein bisschen Hintergrundwissen haben. Es ist nämlich bei diesen so, dass man sich in der Quest entscheiden muss, was für Items man aufsammelt und daraus abhängig bekommt man andere Quests. In einem bestimmten Stadium von den Quests muss man dann bestimmte Mobs umhauen, um wieder eine andere Quest zu looten. Ihr merkt schon, wenn man da das Hintergrundwissen nicht hat, dann wird man diese Quests nicht fertig kriegen und wird hier ewig Dailies machen und genau um das wollen wir uns jetzt nämlich kümmern. Und zwar sind diese 7 Geschichten, auf die wir jetzt eingehen wollen, einmal hier Hinweise im Überfluss, das ist die erste Quest, die bekommen wir auch hier. Ihr seht, Hinweise im Überfluss, das ist die Quest, die wir brauchen. Und zwar bekommen wir die hier von dieser Elfin und die nehmen wir jetzt mal an. Und hinter dieser Quest stecken 7 andere Quests. Heißt, wenn ihr die nicht habt, dann wird das jetzt für euch interessant. Und zwar, welche stecken dahinter? Dann noch Wachsendes Mysterium, Merkwürdige Entdeckung, die werden wir jetzt gleich zusammen machen. Dann müssten hier Piraten, ich hasse diese Typen, Eigenentdeckung, Zeit für Helden und ein historisches Chaos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Quests sind das. Wie funktioniert das jetzt? Wir haben diese erste Startquest. Gleich vorab, ihr könnt nicht alle 7 auf einmal machen. Ihr könnt immer maximal 3 sind es, glaube ich, die ihr machen könnt. Und dementsprechend müsst ihr diese Quest 3 mal machen. Also wenn das da ist, müsst ihr 3 mal einen verschiedenen Strang spielen. Wie funktioniert das jetzt? Wir haben jetzt einmal hier, wir müssen einen Hinweis finden. Und zwar gibt es hier verschiedene Hinweise. Es gibt hier einmal, warte, wenn wir jetzt hier drüber fahren. Ah ja, das muss man relativ genau draufklicken. Wir haben einmal die Hardstone-Karte, das ist das erste. Dann das zweite, was wir haben, ist ein Erdhaufen, den wir anklicken können. Und das dritte, was wir haben, ist so ein, ja, durchnässtete Schriftrollenbehälter. Wir können nur eins von diesen drei anklicken. Ja, und je nachdem, was ihr von diesen dreien anklickt, ist es so, dass ihr andere Folgequests bekommt. Und wir können, ich kann euch das mal kurz zeigen, hier auf www hat sich jemand schon die Mühe gemacht, das schön zusammenzuschreiben. Da können wir uns gleich mal entlanghangeln. Und zwar, wenn wir dieses alte Pergament looten, das ist dieses durchnässte Ding, dann bekommen wir Historical Mass als Folgequest. Heißt, wenn wir jetzt hier dieses Pergament looten würden, das wäre das hier, dann würden wir einmal unsere Startquest fertig kriegen. Und als Folgequest quasi ein historisches Chaos quasi. Diese beiden würden wir dann fertig bekommen, wenn wir die Questreihe einschlagen würden. Dann schauen wir mal an, was wir als nächstes haben. Und zwar diesen Runenstein. Und bei dem Runenstein bekommen wir Growing Mystery quasi als Folgequest. Jetzt gucken wir mal da rein. Heißt, der Ruhestein, der droppt einmal, ich habe das schon nachgeguckt, hier raus, aus dem Erdhaufen. Bekommen wir auch wieder die Startquest quasi. Hinweise im Überfluss. Und was war es jetzt? Jetzt habe ich irgendwie hier, genau, Growing Mystery, also wachsendes Mysterium. Genau, das ist die Folgequest. Das wäre die Geschichte. Und zusätzlich können wir dann noch während dieser Quest hier, während der zweiten Quest, müssen wir diese Toxic-Klunker umhauen. Und wenn wir das machen, dann können wir ein Item bekommen, und zwar diesen Nachtelfenring. Und mit dem bekommen wir quasi dann die Quest Strange Discovery. Und das ist die, die mir auch noch fehlt, eine merkwürdige Entdeckung. Heißt, was muss man dann umhauen? Wenn wir quasi den Erdhaufen aufmachen, dann dürfen wir die Quest nicht abschließen, sondern müssen so lange diese Typen hier umboxen. Also diese hier, diese hässlichen. Bis wir das Item gedroppt bekommen, den Nachtelfenring. Und sobald wir das haben, können wir beide Quests abschließen und haben quasi nach dem Erdhaufen drei Quests abgeschlossen. Und das letzte ist dann noch diese Hearthstone-Karte. Und wenn wir diese Hearthstone-Karte aufmachen, bekommen wir direkt als Folgequest Time for Heroics. Also Zeit für Heldentaten, genau, das ist die hier. Zeit für Heldentaten. Und dann als Loot-Quest, die wir noch haben, genau, bekommen wir dann Deckham. Die ist dann auch noch dabei, stimmt, hier bei der Hearthstone-Karte waren es zwei Quests. Also wir haben dann noch Deckham, das müsste hier eingedeckt sein. Und als Loot haben wir dann noch Piraten, ich hasse diesen Typen. Oder diese Typen, besser, so rum im Plural. Und zwar bekommen wir die durch eine Quest von einem alten Piratenhut. Und damit müssen, quasi diesen Piratenhut können wir bekommen, indem wir diese Öltypen umhauen. Und zwar sind es die hier. Zähflüssiges Öl. Heißt, wenn ihr die Hearthstone-Karte aufmacht, kriegt ihr zwei Folgequests. Einmal dieses Heldentaten-Ding und dieses eingedeckt. Und dann, wenn ihr dementsprechend diese Öle noch umhaut, ich habe da relativ viele umgehauen, also bestimmt so 30, 40 Stück, dann könnt ihr noch dieses Piraten-Ding hier einmal bekommen. Soweit, so gut. Heißt, ihr müsst euch halt einmal entscheiden, welches ihr als erstes macht, welches ihr als zweites macht, welches ihr als drittes macht. Und wenn ihr den Haufen, beziehungsweise die Hearthstone-Karte macht, müsst ihr halt noch die Mobs umhauen. Bei dem Haufen sind es halt, wie gesagt, diese Viecher. Und bei der Karte müsst ihr quasi diese C-Flüssigen umhauen. So, ich brauche jetzt als allerletztes die merkwürdige Entdeckung noch. Deswegen muss ich hier einmal den Haufen aufmachen. Jetzt kann ich das einmal abgeben und müsste eine Folgequest bekommen. Und zwar wachsendes Mysterium. Und mit dieser Folgequest, das müssen wir jetzt genau machen, genau, hier haben wir es. Runensplitter müssen wir einsammeln. Und zwar sind die hier in diesem ganzen Gebiet unterwegs. Das ist aber für mich jetzt die uninteressantere Quest. Ich brauche jetzt merkwürdige Entdeckung. Und diese merkwürdige Entdeckung, die müsste ich von diesen Viechern hier bekommen. Heißt, ich laufe jetzt einfach rum und töte die. Ich schätze mal, das wird ähnlich lang dauern wie bei diesen Öldingern, wo ich wirklich viele umgeboxt habe. Deswegen werden wir jetzt einen kleinen Cut reinmachen, bis ich quasi einmal das Item gedroppt bekomme. Und dann können wir weiter gucken. So, ich habe jetzt etwa 10 Minuten lang die Viecher umgehauen. Also bestimmt so 40, 50 von den Dingern umgeboxt. Und jetzt habe ich die Quest bekommen. Also ihr müsst da schon ein bisschen Geduld haben. Und da ist der Nachtelfenring. Und ich habe hier quasi dann auch jetzt die Quest mit der merkwürdigen Entdeckung. Und die können wir jetzt einfach abgeben gehen. Und dann, ja, müsste ich mein Achievement fertig haben. Und dementsprechend ist es dann auch ein weiterer Punkt hier für das Meta-Achievement, wo wir ja unser schickes Mount rausbekommen. So, nochmal vielleicht kurz auf die anderen Sachen einzugehen. Also wirklich komplett die anderen Achievements kriegt ihr alle, beziehungsweise die anderen Unter-Achievement-Sachen bekommt ihr alle dementsprechend, wenn ihr hier die normalen Quests abgebt. Das einzige, was halt kompliziert ist, sind diese sieben Quests, die hinter dieser Quest-Tusse hier stecken. So, wir gehen das ab. Echievement ploppt auf. Und ja, damit wäre ich am Ende vom Video. Wenn es noch irgendwelche Fragestellungen, Probleme gibt, packt das gerne in die Kommentarsektion unten rein. Und ja, dann sehen wir uns gerne beim nächsten Video. Eutela, bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.